Das Klischee. Quatsch. Natürlich gibt es bei denen auch Frauen, die übrigens, das ist kein Witz, und auch eine sehr grüne Debatte, die nicht mehr alle Piratinnen genannt werden wollen. Gibt eine Debatte darüber gerade. Wie nennt man weibliche Piraten politisch korrekt? Hier ein paar Vorschläge von uns. Piratöse, Piratussi und ganz klassische Hafenschlampe. Wobei...